Caged Rules. Das war der Werbeblock. Ich bin der Landi und ich bin Musiklehrer, Musiker und Berufsverrückter. Ich spiele alles was Saiten hat, Mandoline, 4-String-Benchow und auch als Passion was ganz anderes und zwar Didgeridoo. I love it. Dieses Üben an sich, für mich ist Üben normaler als Frühstücken. Üben tue ich sieben Tage die Woche. Ich habe irgendwann Joe Paas entdeckt und Joe Paas sagt, es gibt nur fünf Akkorde. Dann gucke ich mir das an und die kann ich auch. Und habe dann herausgefunden mit Hilfe von Lehrern oder Kollegen, es gibt ein sogenanntes Caged System. Mit dem Buch Caged Rules möchte ich zeigen, dass wenn man nur fünf Basic Akkorde kann, dass man das über das ganze Griff nicht auffächern kann. Es ist ein sehr einfaches System und wirkt alle Möglichkeiten. Es funktioniert für Klassik, für Jazz, für Rock, für Blues, für alles. Und Caged ist man natürlich auf der Bühne, weil das einfach Einblick. Ich weiß, wo die Sachen sind, die klingen, die funktionieren und schon kann man die Optik mit dem Klang verbinden. Und das geht einfach sehr schnell. Bühne will. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.